Ein Jude hätte ein einzig Kind. Es sei ein Mädchen. Er hab es in der Kindheit aufgelesen, gekauft, gestohlen, was ihr wollt. Dann wäre an dem Juden die Strafe zu vollziehen, die päpstliches Recht, so einem Frevel, so einer Lastertat. Bestimmt. Verachtet mein Volk, so sehr ihr wollt. Wir haben beide uns unser Volk nicht auserlesen. Sind Christ und Jude eher Christ und Jude als Mensch? Ich bin ein Jud und ich ein Muselmann. Der Christ ist zwischen uns. Von diesen drei Religionen kann doch eine nur die wahre sein. Ihr Stolz ist Christensein. Sein Name soll überall verbreitet werden, soll die Namen aller guten Menschen schänden, verschlingen. Kann ich von dir verlangen, dass du deine Vorfahren Lügen strafst, um meinen nicht zu widersprechen? Dass doch in der Welt ein jedes Ding so manche Seiten hat, von denen oft sich gar nicht denken lässt, wie sie zusammenpassen. Die Sendung